ja und die neue aufnahme schon wieder da also ich habe jetzt gerade mal geguckt irgendwie hat er jetzt 15 minuten 4 oder so aufgenommen und dann die neue aufnahme gestartet ich weiß jetzt nicht wie genau das jetzt läuft mit dem programm müssen wir mal schauen wie das aussieht gleich aber auf jeden fall funktioniert das mit dem splitten schon mal also die erste folge ist fertig die zweite nehme ich jetzt noch auf und danach mache ich wieder schluss ja wir haben jetzt leider nur ein zeppling gekriegt hier und den stelle ich jetzt einfach mal hier vor unser haus war dann zomi oder war das das weiß ich jetzt nicht mysteriös mysteriös okay also hier das hier für ziegel ton ich weiß nicht clay heißt es glaube ich im englischen ja zwei bäume haben gepflanzt aus zwei bäumen richtig gute ausbeute und das unten wächst auch munter vor sich hin so dann würde ich mal sagen gehen wir da hinten zu dem berg noch mal wir können noch mal nach ein bisschen kohle gucken müssten eigentlich uns eine höhle suchen weil ich weiß jetzt nicht wo hier irgendwo eine höhle sein könnte müssen wir da mal schauen da ist schon mal kohle die nehme ich auf jeden fall mit also wenn ich mal irgendwo kohle überlasse oder so dann nein ihr braucht mir nicht bescheid sagen sondern was labere ich jetzt äh nein ihr braucht mir nicht bescheid sagen dass ich welche vergessen habe oder so wenn ich die vergesse oder übersehe dann ist es halt so so ist das leben oder habt ihr nehmt ihr alle möglichkeiten wahr die euch euer leben gibt ich glaube es nicht und ich glaube wenn ihr das sagt dass ihr so wahrnehmt dann ja sagt er nicht die wirklichkeit sondern denkt euch irgendwas aus weil niemand kann alle möglichkeiten wahrnehmen und so ist es halt auch hier ich kann auch nicht jede möglichkeit äh an kohle zu kommen wahrnehmen oh hier ist eine höhe oder auch nicht ist super seht ihr da war kohle hey du hast kohle vergessen noch mehr kohle vergessen ja aber ist mir egal so ähm hier ist eine höhe ja das ist ich weiß nicht was es ist bauen wir uns unter aber ja machen wir warum frage ich eigentlich noch wenn ich schon am baum bin naja zack und jetzt wirds dunkel super ok wir gehen zurück zum haus schippe bitte und dankeschön und dankeschön ja jetzt wird schon wieder nachts Monster kommen oh mein gawd da kriegen wir eine Wolle aber ich werde es scharf nicht unterstützen so guck mal bin ich heute nicht nein hm ähm 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 na gehen wir erstmal zurück zum haus und überlegen wir mal was wir die nacht machen können ja ok ich weiß was wir machen dafür werde ich aber nochmal schnell anbauen hm machen wir hier so so wenn ich überlegen muss gerade wie ich das baue dann ähm denke ich überhaupt nicht äh dann kann ich nicht reden so war's so ruhig mess mal den so und so können wir hier noch weg machen warum nehm ich jetzt schon wieder die Spitzhacke irgendwie bin ich ein bisschen durch Nunder oder so heute und so zwei drei vier der kann noch so die gehts dann runter so dann können wir aber wie viel fünf haben wir noch ok eins zwei und drei und vier hier kommt schon mal Glas rein kleine Hütte ja was ich hier vor hab manche können sich's denken viele wahrscheinlich nicht wir bauen jetzt jetzt unsere Mine hier so einfach in die Erde bauen und gucken was man so findet denn wir brauchen irgendwann mal Eisen so ja wir haben jetzt so ein paar Minuten Zeit also ich werde jetzt schon mal die Mine hier anfangen zu bauen und vielleicht jetzt ist nach bevor ein Monster kommt nochmal eben speichern müssen wir wie immer kurz warten ja warum geh ich ähm ähm ich sagte lass uns die Mine bauen dann sag ich speichern und dann geh ich auch super dann wir bauen jetzt natürlich die Mine oh man ey ok aber erstmal hier den Gravel ja Leute ich nenne es Gravel und es blblblblbl es ist mir total egal was ihr dabei denkt denn wenn ich es Gravel nenne dann nenne ich es Gravel dann lasst mich doch ich meine nur weil das mal einer gemacht hat heißt das nicht dass man es gar nicht mehr machen darf oder so das finde ich irgendwie schwachsinnig wenn man so denken würde oh mein nein nein kein Zombie bitte kein Zombie nein oh mein Gott ok ich mach uns mal hier Sonn 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 Samson nein äh Sonn ausguck Dingern hier ist der will der mich verarschen wo sind die na ist mir egal hier kommen keiner rein alles gut okay jetzt hätte ich fast schon wieder was vergessen also erstmal den Gravel packen wir hier rein die äh Feuerdingens da packen wir hier rein die brauchen wir auch nicht die Kohle aber was wir brauchen sind Werkzeuge ich hole mir nochmal ein bisschen Holz Steine haben wir noch im Inventar so dann mache ich uns nochmal zwei Spitzhacken eben eine Schaufel und eine Schaufel und schonmal eine Axt zwei Spitzhacken eine Axt und eine Schauf für die Axt brauchen wir da da ist noch eine eins zwei eine Axt und eine Schaufel Sch Werten war ich auch schonmal vorsichtshalber ich hab meistens immer zwei von einem auf Tasche boah die Monster sind relativ ach da ist einer okay Hallöchen nein ich möchte nichts kaufen dankeschön ja dann lass uns mal hier weiter bauen ein fröhliches meinen so und dann müssen wir einfach mal hoffen dass wir gleich was finden oder so also also ist klar in den ersten Folgen rede ich jetzt erstmal über das was wir tun oder so was ich vor habe hier in Minecraft aber natürlich wird es mit der Zeit auch ja eher zu so einem Let's Talk ausatmen dass ich halt baue und dann nebenbei ja nur über Sachen rede als jetzt noch viel zu viel über das Spiel zu reden natürlich werde ich über das Spiel reden aber halt auch über ganz andere Sachen nicht so wie jetzt dass ich nur über das Spiel rede ähm ja also wenn ihr irgendwas wissen wollt oder irgendwas wollt über was wir reden sollen oder so dann schreibt es einfach in die Kommentare und ähm ja dann werde ich es auf jeden Fall mal Let's äh retro Let's retro ansprechen und da haben wir es das Eisen Heureka wir haben Eisen gefunden Eins Zwei Drei Vier Jawoll Fünf Stück Sechs Oh mein Gott Das ist schon mal was Gutes Sechs mal Eisen Ich freu mich aber so richtig ich freu mich grad wenn ihr mich sehen könntet ich äh sitze hier gerade mit nem Grinsen vom rechten bis zum linken Uhr äh das ist recht äh ich freu mich grad wie so ein kleines Kind was ein Lolli kriegt oder so oh mein Gott ja aber Eisen ist immer schön in Minecraft können wir uns ne Eisenspitzhacke jetzt bauen ja weil die Steine halten hier nicht sehr lange ich weiß gar nicht halten die im normalen Minecraft länger ich denke mal und nochmal Eisen super also ich muss sagen Kohle und Eisentechnisch ist diese Karte richtig gut wirklich oh Höhlen Sound ich hasse diesen Sound der macht mir immer so Angst warum packe ich hier schon ne Fackeln? da reicht auch naja ich bin mit Fackeln immer ein bisschen übervorsichtig müsste wissen und ja ja was soll ich dazu noch sagen habt ihr auch den Zombie gehört? vielleicht ist hier ja hier wird irgendwo entweder eine Höhle oder ein Spawner wird hier sein ich weiß nicht was das werden wir gleich wissen vielleicht vielleicht auch nicht oder ihr fahrt's in der nächsten Folge ich weiß nämlich nicht wieviel Zeit wir noch haben aber wisst ihr was wir machen? wir haben jetzt zwölf Eisen auf Tasche ich werde jetzt erstmal nochmal speichern natürlich ja nochmal gucken ja nochmal gucken hier 5 Minuten haben wir noch back to game so da ja und man hört Wasser und ein Zombie also irgendwo ist hier eine Höhle vielleicht finden wir sie jetzt schon vielleicht auch erst in der nächsten Folge jetzt ist es grad richtig laut der Zombie also ich kann mir das ich drehe mir das jetzt mal auf dem Ohr bisschen lauter ups so ja und da ist die Höhle und dann würde ich mal sagen da packen wir eine Fackel drauf da geh ich jetzt nochmal hoch weil die Folge ist jetzt gleich also die Aufnahme nicht nur die Folge sondern auch die Aufnahme ist gleich zu Ende in ja 3 Minuten oder so 4 Minuten ähm dann packe ich jetzt schon mal das Eisen in den Ofen und ja dann gehen wir in der nächsten Aufnahmesession in die Höhle boah ist der laut ok also in der nächsten Aufnahmesession geht's dann ok ich werde jetzt an einem Versuchenden nein 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 lasst mich alle in Ruhe geht weg nein ich will keine Versicherung abschließen dankeschön ok ach ich werde das dann noch reinpacken dann brauchen wir nochmal eben zweimal Kohle zweimal Kohle und 12 Eisen fand ich ach egal ah ich würde sagen die Aufnahme ist ok wir haben noch zwei dieser Creeper dieser Creeper Hallöchen ja ja einmal Currywurst Pommes ok kommt sofort ja jetzt dreht er sich weg aber nein die Versicherung möchte ich nicht haben nein jetzt explodieren sie bitte nicht gleich äh ach kacke warum sind hier jetzt so viele Scheißviecher ich meine ich will leben nicht sterben da ist ein Creeper irgendwo oh und jetzt brennen die Zombies ähm ich geh jetzt hier nur nochmal unter die Erde damit die Viecher weg gehen oder so weil jetzt sehen wir uns nicht boah ist das laut ich hoffe das ist nicht zu laut für euch sonst muss ich nochmal gucken wie ich das runter drehen kann ähm also die Aufnahme wird jetzt gleich ist jetzt eigentlich beendet oder ich äh die Aufnahme ist eigentlich beendet super ne Minute haben wir noch Entschuldigung ich guck nochmal hier wo Erde ist ist meistens noch irgendwas verborgen hab ich mal gehört irgendwo irgendwann vielleicht auch nicht egal nein ich möchte jetzt nicht Zeit überbrücken bis wir wieder in die Höhle reingehen werde ich auch nicht ich geh jetzt nochmal hoch und ähm Entschuldigung ich hoffe mal die meisten Viecher sind jetzt weg die Uhr habe ich jetzt äh ja gut im Blick also wenn die klingelt dann mache ich hier Schluss 10 Eisen haben wir schonmal die versteue ich auch alle erstmal ganz schön brav in der Kiste 64 Koppel auch die Stickies das Holz lasse ich hier da rein Glas bräuch ich jetzt nicht ich könnte da noch ein Fenster reinhauen aber ich lasse es erstmal so das ist jetzt nur die erste provisorische Hütte ich werde das jetzt nicht so lassen also auf jeden Fall jetzt ist der Timer auch zu Ende und dann muss ich jetzt mal langsam die Aufnahme unterbrechen also freut euch auf die nächsten auf die nächste Aufnahmesession beziehungsweise auf die nächsten paar Episoden denn dann werden wir da unten in die Höhle reingehen die hoffentlich auch schön groß ist und dann ähm ja danke ich euch auf jeden Fall fürs Zuschauen also ähm ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr einfach mal auf dem Blog vorbeischauen würdet euch das auch durchlesen würdet also die ganzen Blogartikel durchlesen würdet und da könnt ihr euch auch den Wochenplan anschauen also momentan sieht es so aus dass ich glaube montags kommt ein Minecraft äh äh let's real oh mein Gott was lag ich da also montags und samstags montags und samstags Minecraft let's retro und mittwochs kommt das LPT aber schaut da einfach nochmal nach da stehen dann noch Änderungen und sowas drauf auf jeden Fall danke ich euch fürs Zuschauen und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten Mal bis dahin danke und auf Wiedersehen so wie du